Eine Sternfahrt zur Intermot 2016 zu organisieren, hatte sich der Verein Arche aus Berlin unter der Leitung von Bernd Siegelkow vorgenommen und auch in die Tat umgesetzt. Stattgefunden hat die Sternfahrt am 8. Oktober am Messegelände der Intermot in Köln, inklusive Kitz. Dank der Beteiligung mehrerer Clubs formierten sich 35 Fahrzeuge. Stattgefunden hat die Sternfahrt am 8. Oktober am Messegelkow vorgenommen und auch in die Tat umgesetzt. Die stolzen Piloten und Kinder konnten einen Spendencheck in der Höhe von 2500 Euro und freie Eintrittskarten zur Intermot entgegennehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017